Hallo Leute, Lunox123 ist hier im Stau. Oh Gott, die Musik laut hier. Crazy. Lunox123 hier am Start und zwar mit seinem ersten Let's Play und das ist Donkey Kong Country. Und die Musik ist so laut, das ist crazy. Und jeder der das Spiel kennt, der weiß, es ist einfach das beste Spiel der Welt. Und ja, ich habe es sehr lange nicht mehr gespielt. Das letzte Mal, wie alt war ich da? Ich glaube 8 oder 9. Ist auch egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal ins erste Level hier rein. Da kommen wir raus geflogen. Bam Donkey Kong. Okay. So geht das hier mit meinen Controls. Äh, ich glaube ich muss gleich nochmal was umstellen. Ja, ich muss was umstellen. Da, erste Level. Ja, ich stelle das im nächsten Part um dann. Wir machen, also jetzt erstmal das erste Level und das zweite Mal. Mal gucken wie lange ich hier zocken kann. Oh, ich habe noch das Kong Spanner noch, hat das noch nicht gefüllt. Wie schade. Okay, es wird hier sehr schwer sein zu sprinten. Äh, shit. Da muss ich erstmal... Okay. Okay, ich stelle jetzt erstmal kurz was um in den... Äh, Config. Input. Äh, Set Keys. Hoch, runter, links, rechts. Start. Select. A. B. L. R. Fertig. So, das war es jetzt. So, ich hatte zum Glück... Äh... Ich will Resetten. Escape. Okay. So, ich hoffe das ist jetzt... Ja. Wollen wir mal gucken. So, geht's? Ja, es geht. Okay. Ist der Luftballon wieder hier drin? Das wäre ja crazy. Ja. 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 Das heißt, das kann ich in Godmodel sozusagen machen. Immer wenn ich sterbe zurück zum Haus. Ähm. Aber das machen wir ja nicht. Wir sterben nicht. Äh. So, wir erstmal Dedicum raus. Und klatschen ab, weil Dedicum viel cooler ist. Äh, das haben wir da. Schau mal das K. Oh, Ballon! Oh, oh. Oh, oh. Oh, er ist runter gefallen. Ach so, da kannte man auch. Hier. Dicke Affen, dicke Affen. Äh, Krokodile. Oh, safe. Und... Ich... Ah, verdammt. So. Oh, da ist ein goldenes... Ähm. Oh, ich wurde getroffen von einem Stein. Arsch. Äh. Ein goldenes Känguru? Nein, was war das? Das war kein Känguru. Ähm. Was war denn das? Das war kein Känguru. Auf jeden Fall. Ein goldener Strauß. Das war ein Strauß. So. Oh shit, ich bin gesprungen. Bananen! Ähm. Level up! Ach, Level up, sag ich schon genau. Ähm. Noch ein Leben mehr. Und zack. Dann haben wir das G. Von dem Kong. Dann hauen wir noch eben die Böselichter hier weg. Und, ähm. Oh, warte mal hier. Warte mal hier. Warte mal hier. Da. Also der goldene Strauß. Wenn ich drei davon habe, dann kriege ich so ein extra Level. Ich versuche hier noch den Strauß jetzt auszukriegen. Oh, mit... Okay, da war der erste Strauß. Zweiter Strauß. Dritter Strauß. Yeah. Ich krieg einen Strauß. Yeah. Jetzt hab ich schon zwei. Okay, das heißt also beim dritten Strauß, ähm, komm ich in den Bonus Level. Da kann ich dann ein extra Leben holen. Sehr crazy. Ich kann nicht das versuchen. Okay, wenn ich... Bang! Oh, hier ist was drin. Oh nein, doch nicht. Okay, wir lassen's. Oh, jetzt kommt das... Schlimmste Level, was ich früher... Also, früher fand ich das Level immer voll doof als dunkel war und es hat geregnet. Also, das erste Level ist geschafft. Zwar ohne Didi, aber... Ja. Machen wir das nächste Level jetzt. Ähm. Hier konnte man noch... Ich weiß noch. Es ging. Es ging. Man konnte da drauf, ich weiß es. Ich bin... Ah, jetzt bin ich oben. Ja. Und was konnte man hier jetzt machen? Nichts. Cool. So, extra Leben. Oh. Die konnte man... Nee, die konnte man nur mit Drauf springen kaputt machen. Ja. So war das. Ähm. Oah. Verdammt. Da bin ich in ein Krokodil reingelaufen. Ja. Jeder weiß, dass Krokodile stärker sind als Affen. Das ist, äh... Das kriegt man heutzutage schon in der Schule gelernt. Bang. Aufm Kopf gesprungen. Oh, würde ich sagen. Äh. Und hoch. Und drüber. Und Krokodil. Oh, naja. Wir gehen erst zu Didi. Wir gehen erst zu Didi. Wir holen uns Didi. Oh, verdammt. Und klatschen ab. Jetzt sind wir Didi wieder. Oh, Didi. Oh Gott. Didi ist der Lass. Oh, da ist ein Nashorn. Gold, ne? Ja, ich hab's. Crazy. Ausgetrickst. Oh, da ist das O. Oh. Oh. Jetzt fehlt nur noch ein N und ein G. Dann steht er wieder Kong. Und wir kriegen dann extra Leben. Oh, runtergefallen bin ich. So sieht's aus. Crazy. Oh, ich hab meinen FPS-Button aufgemacht. Schade. Oh, ich war noch gar nicht an einem Safe-Spot. Scheiss. Hier hab ich TNT. Das brauch ich wohl nicht. Oh Gott, wie komm ich denn jetzt da an dem vorbei? Ich muss... Ah, ich brauch das K. So. Zack. Haben wir das K. Und hoch. Und zack. Oh, Bananen. Oh. Und zack. Oh Gott. Shit. Dann Didi. Ja, jetzt geht's. Oh, der ist schon mit einem goldenes Nashorn. Komm her. Ah, ich bin am Sack vorbeigesprungen. Und jetzt aber. Zack. Bananen geholt. Und zack. Abklatschen. Ah, doch nicht aufklatschen. Jetzt aufklatschen. Da. Bang, 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 bang. Oh, ausgetrickt. Und springen. Bananen. Und da ist wieder das O. Oh, nicht runterfahren. Ah, na, ich runterfahren. Ach Gott. Mensch, bin ich doof. Ich hab's auch schon lange nicht mehr gespielt. Vor allem nicht auf dem Emulator. Das ist ja crazy mit der Steuerung hier. Ähm. Boom. TNT. TNT in your face. Baby. Halt die fest. Und zack. Und da hab ich das Didi-Con-Barrel. Oh, da ist der. Jetzt hab ich drei goldene Nashörner. Jetzt. Seht ihr das Nashorn-Donus-Level. Okay. Äh. Boah, crazy. Hier gibt's ganz viele Nashörner. Und für 100 krieg ich ein, äh, Leben. Dazu ein Bonus-Leben. Boah, das ist ja... Mine. Ich hab's aber eigentlich schon lange nicht mehr gespielt. 200 hab ich schon. Das heißt schon mal zwei extra Leben. Boah, hier oben sind da krass viele, man. Äh. Oh mein Gott, da waren ganz viele. 320. Aber okay, das sind zwei extra, äh, drei extra Leben. Zack. Hab ich schon wieder zehn Leben jetzt. So. Das war's dann jetzt auch. Oh, jetzt bin ich wieder am Start. Was ein Müll. Piu, 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 piu. Halt dich da fest. Und drüber. Über die alle. Und die bösen Krokodile. Kaputt. Und zack. Spring. Hm. Hüpf. 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 Oh, runtergehüpft. Was ist das denn? Ja, Mensch. So kann das aber nicht angehen. So, jetzt machen wir mal ernst hier. Konzentrieren ein bisschen. Äh. Ja, es ist auf jeden Fall sehr lustig mal ein Let's Play zu machen, vor allem weil es das erste ist. Von mir. ja. Vor allem dann auch mit so einem alten Spiel, was ich wirklich echt Jahre nicht gespielt habe. Wo ich nicht mehr richtig weiß, wo es lang geht. wie es funktioniert. Und, äh, wie es funktioniert. Oh nein. Pustung. Na, auf sein Kopf gesprungen. Römer. 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 Woh. Nein, nein, nein. Der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Oh, okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber so geht es auch. So mit Donkey. Gehen wir aber voran. Bang, auf den Kopf. Oh und festgehalten. Und da ist das N. Oh nein, ich habe das N verpasst. Ghhh. Unmöglich. Unmöglich. Ich habe das N bekommen. Scheiße, dafür habe ich mein Leben riskiert. Äh, ich meine natürlich schade. Äh, sowas sagt mir nicht scheiße. Das wollen wir nicht hören. Äh, ah, ich bin am Safe Spot, ja stimmt. maintain your face, baby. Äh. Sorry. No. Prozent ab nein ich wollte alle aus Verlust Köln sie aber das Ende ich doch kommen es geht so aber ich kann nicht so mit die die Kuh oder wie die Kurskarte gestorben noch eine Biene und zwei Bienen all das wird ja immer schlimmer hier so mir fehlt noch ein Buchstabe da oben ist das G oh wenn ich da jetzt gestorben wäre dann hätte ich aber das Spiel ausgemacht glaub mal das Level wieder ohne die Kuh der Tanz ist immer derbe cool Crankys Cabin da brauchen wir nicht rein er gibt nichts